Ich lerne Deutsch. Nummer 10.227 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dein Selbstbewusstsein zu stärken ist das Ziel meines heutigen Seminars. Dein Selbstbewusstsein zu stärken ist das Ziel meines heutigen Seminars. Der Hase hat eine Verletzung an seiner linken Vorderpfote. Die Zubereitung von Sushi erfordert Geschick. Rolle die Zutaten in das Algenblatt und schneide das Sushi in Stücke. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Der neue Job ist wie für mich gemacht. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Der neue Job ist wie für mich gemacht. Frühlingstage sind ideal für Radtouren und Entdeckungsreisen durch blühende Wiesen. Frühlingstage sind ideal für Radtouren und Entdeckungsreisen durch blühende Wiesen. Bei der Theateraufführung zeigen wir unsere Superkräfte. Das Publikum ist begeistert. Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Ich habe gerade diese wunderbaren roten Trauben auf dem Markt gekauft. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Musik 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 Vielen Dank.